Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Demo von Drunk Relapsed. Unser Problem ist, wir sind betrunken. Unser Ziel ist es, heile nach Hause zu kommen. Haben wir sowas wie Sound? Wow, ich kann das Menü nur mit WASD bedienen. Das ist schon mal spannend. Okay, WASD und Jump. Aber, wenn ich schon nur auf Tastatur gebunden bin, warum kann ich denn nicht auch noch die Pfeiltasten benutzen? Also okay, ich muss es mit einer Hand spielen quasi, oder? Also in dem Fall hätte ich tatsächlich lieber die rechte Hand für Pfeiltasten und... na, egal. Egal. Oh, wow. Wir springen nicht sehr erfolgreich, oder? Okay, wir haben 15 Meter geschafft, wir sind nicht so gut. Also aus Erfahrung, ja, so ungefähr fühlt es sich an, betrunken zu laufen. Nur kann ich betrunken meistens nicht mehr so gut springen. Oh, wow. Ach, komm schon. Ich fall doch nicht um, weil ich mir die Hand anhaue. Wer bin ich denn? Kann ich gegen das Haus laufen? Ich kann gegen das Haus laufen, das ist okay, aber wenn ich gegen... Okay. Wow. Help. Ist den Benchmachen quasi Game Over? Schon so ein bisschen... Ey, der Typ auf dem Scooter macht mir ein bisschen Sorgen da vorne. Wir kommen gar nicht so weit. Wenn wir nicht genug Schwung haben. Ah, come on. Checkpoints werden nice. Aber ich glaube, das ist nicht der Deal. Oh Gott, Speedrun davon, ne? Oh no. Schade. Ich dachte, wir kommen da rüber. Ich finde es schön, dass die ganze Zeit unsere Hose auf halb acht hängt. Wir den permanenten Kim-Blick haben. Aha. Okay, das wird interessant. Kann ich da theoretisch hinten drum rumlaufen? Na, easy. Aber da müsste ich über die Mülltonnen springen, okay. Okay. Natürlich sterbe ich an den Kartons. Oh nein, ein Stück Pappe. Oh, ich bin auf meine Schlüssel gefallen. Oh, das wird nichts, oder? Ja. Zu langsam. Also irgendwie... Oh Gott. Oh, passt das? Ja. Es steuert sich auch einfach wie so ein Stück Butter auf Eis-Physics. Wenigstens haben wir den anderen Duton mit platt gemacht. Hat er es richtig gemacht. Also ich habe jetzt so das Gefühl, das ist für den Gag ganz nett. Aber... Aber... Irgendwie war das jetzt so die ersten drei Minuten ganz lustig und... Okay, dass das nichts wird verklampt. Danach ist jetzt aber auch irgendwie so... Ja... Hm... Nein, ich habe mir den kleinen Finger verstaucht. Kein Betrunkener würde sich daran stören, die Hand irgendwo anzuhauen. Das merkt er nicht mal. Was das gepasst hat, war aber auch mehr Glück. Für den Betrunkenen ist der nicht widerstandsfähig genug. Ja, in der Tat. Betrunken sind hier halt eigentlich viel mehr Sachen... Na, gosh, der geht. Schlechtes Timing. Betrunken sind hier halt viel mehr Sachen eigentlich total egal. Also es ist halt wirklich so... Können wir da eigentlich rüberspringen? Nein. Immer eine Zweierhürde auf gar keinen Fall. Vor allem können wir halt gegen die Häuser laufen. Aber... Und das ist total okay. Aber ein Pappkarton ist also... No way. Ich würde wenigstens ganz gerne hinten noch einmal an diesen Dreierhydranten vorbeikommen. Ich glaube, das können wir knicken. Ja. So, auf jeden Fall. Ob es verschiedene Trunkenheitsstadien gibt? Wenn das Spiel so weiter geht, erlebe ich heute auf jeden Fall verschiedene Trunkenheitsstadien. Das ist doch schon wieder... Ah, wobei das geht. Maybe. Okay. So weit, so gut. Können wir da theoretisch einfach gut getimt durchlaufen? Ja, können wir... Oder was? Oh, das ist abschüssig. Das ist gar nicht so gut. Na ja, gut. Da hatte ich jetzt die Wahl. Renne ich in die Mülltonne oder lasse mich von dem Typen umfahren? Aber hey, wir haben 123 Meter geschafft. Ähm... Hm... Ja, weiß ich nicht. Ist jetzt halt nett für Leute, die... auf Spiele mit komischer Steuerung stehen. Und da einfach den Schwierigkeitsgrad genießen. Vor allem, als würde es einen betrunkenen Stürm, wenn er nass wird. So. Es ist halt so... Ah... Ich weiß nicht. Die Grundidee ist nett, aber es ist halt so ein Spiel, für das ich legit, nachdem ich die Demo gespielt habe, für den Spielspaß zumindest keine 5 Euro ausgeben würde. Na. Und das ist halt so. Untertitelung des ZDF, 2020